Heute möchte ich über die Grundlagen der Physik sprechen und dir einen Überblick über die wichtigsten physikalischen Größen und Einheiten geben. Zunächst müssen wir aber natürlich die Frage klären, was ist überhaupt Physik? Die Physik beschäftigt sich mit den messbaren Dingen in der Natur und untersucht die Materie, deren Bewegung und Verhalten in Raum und Zeit und die darin wirkenden Kräfte. Die Physik befasst sich somit mit den Grundprinzipien, die die natürlichen Vorgänge bestimmen und wird deshalb häufig auch als die fundamentalste Naturwissenschaft bezeichnet. Das Ziel der Physik ist es, mithilfe von definierten Grundannahmen das Verhalten des Universums als Ganzes zu verstehen. Die physikalischen Zusammenhänge, die sich daraus ergeben, lassen sich mithilfe von mathematischen Gleichungen darstellen. So eine Gleichung besteht aus physikalischen Größen, die durch mathematische Rechenoperationen miteinander verknüpft sind. Hinter jeder physikalischen Größe steht eine Messung. Die Messung ordnet der physikalischen Größe eine mit einer Einheit behaftete Maßzahl zu. Die physikalische Größe wird der Einfachheit halber immer mit einem Symbol dargestellt. Nehmen wir mal das folgende Beispiel für eine Messung. Ein Fahrradfahrer fährt eine Strecke von 5000 Meter. Dann würde man die Strecke wie folgt darstellen. S gleich 5000 Meter. S ist das Symbol für die physikalische Größe der Strecke. 5000 ist die Maßzahl und m ist das Symbol für Meter, die gewählte Einheit der Strecke. Wenn die Maßzahl einer physikalischen Größe sehr klein oder sehr groß ist, wird die Darstellung sehr aufwendig, weil man viele Nullen schreiben muss. Zum Beispiel bei dem Durchmesser eines Mitochondriums von D gleich 0,0000001 Meter. Oder auf der anderen Seite zum Beispiel bei der Entfernung zwischen Berlin und Hamburg von L gleich 290.000 Meter. Und da helfen sogenannte Zehnerpotenzen. Zehnerpotenzen sind Potenzen mit der Basis 10 und einem positiven oder negativen ganzzahligen Exponenten. Ein positiver Exponent zur Basis 10 stellt ein Vielfaches von 10 dar. Ein negativer Exponent zur Basis 10 stellt einen Bruchteil von 10 dar. So zum Beispiel bei der Zahl 10.000 als Vielfaches von 10. Man schaut, wie oft man die 10 mit sich selbst multiplizieren muss, um auf 10.000 zu kommen. Das muss man 4 mal, deshalb ist 10.000 als Zehnerpotenz ausgedrückt auch 10 hoch 4. Das Ganze funktioniert aber auch zum Beispiel bei der Zahl 0,01 als Bruchteil von 10. Hier macht man aus der Dezimalzahl zunächst einen Bruch. Hier also ein Hundertstel. Und im Nenner des Bruchs sieht es dann genauso aus wie oben. Man schaut, wie oft man die 10 mit sich selbst multiplizieren muss, um auf 100 zu kommen. Hier also einmal. Daraus wird 10 hoch 2. Und weil wir die 1 noch im Zähler stehen haben, wird der Exponent der Zehnerpotenz negativ. Nämlich 10 hoch minus 2. Wenden wir das Ganze jetzt mal auf die Beispiele von gerade an. Aus dem Durchmesser des Mitochondriums müssen wir somit auch zunächst einen Bruch machen. Nämlich einen Ein-Millionstel Meter. Als Potenz ausgedrückt ergibt sich beim Nenner 10 hoch 6. Das erkennt man übrigens auch ganz einfach an der Zahl der Nullen, weil mit jeder weiteren Multiplikation mit 10 ja eine Null dazukommt. Eine Million hat 6 Nullen, deshalb 10 hoch 6. Und weil wir noch die 1 im Zähler stehen haben, wird der Exponent negativ und wir erhalten 10 hoch minus 6. Bei der Entfernung zwischen Hamburg und Berlin wird es wieder einfacher. Hier lässt man die 290 stehen und muss nur die Nullen zählen, sodass aus 290.000 290 mal 10 hoch 3 wird. Das macht jetzt hier zwar auch noch nicht den Riesenunterschied, aber bei größeren Zahlen ist diese Darstellung schon deutlich übersichtlicher. Für einige 10er-Potenzen gibt es zusätzlich sogenannte Präfixe, die die Darstellung der Maßzahl ebenfalls erleichtern. Und diese Vorzeichen sind das, was wir auch am ehesten nutzen. So werden nämlich aus der Größe des Mitochondriums von d gleich 0,00001 Meter 10 hoch minus 6 Meter. Und aus 10 hoch minus 6 Meter wird ein Mikrometer. Genauso bei der Entfernung Hamburg-Berlin. Aus 290.000 Metern wären 290 mal 10 hoch 3 Meter. Und aus 290 mal 10 hoch 3 Metern wären 290 Kilometer. Eine physikalische Größe wird danach eingeteilt, ob man sie auf andere fundamentalere physikalische Größen zurückführen kann. Wenn das nicht möglich ist, spricht man von einer Basisgröße. Und ihre Einheit wird dann als Basiseinheit bezeichnet. Wenn man eine physikalische Größe hingegen auf andere Basisgrößen zurückführen kann, spricht man von einer abgeleiteten Größe. Und die Einheit wird als abgeleitete Einheit bezeichnet. Ein Beispiel. Die größte Geschwindigkeit gibt an, welche Strecke pro Zeiteinheit zurückgelegt wird. Angegeben beispielsweise in Meter pro Sekunde. Sie ist also das Weg pro Zeitverhältnis und setzt sich aus den Basisgrößen Strecke mit der Basiseinheit Meter und Zeit mit der Basiseinheit Sekunden zusammen. Die Geschwindigkeit ist also die abgeleitete Größe mit der abgeleiteten Einheit Meter pro Sekunde. Wirklich bemerkenswert ist, dass für die gesamte Physik bis heute nur sieben Basisgrößen notwendig sind. Alle anderen physikalischen Größen lassen sich aus diesen sieben Basisgrößen ableiten. Für physikalische Größen gibt es viele verschiedene Einheiten. Man kann die Masse eines Objekts zum Beispiel in Gramm, Kilogramm, Pfund oder Unze angeben. Genauso kann man die Zeit natürlich in Sekunden, Stunden, Minuten oder sogar Monaten angeben. Um die von verschiedenen Menschen gemessenen Werte besser vergleichbar zu machen, hat man sich deshalb auf ein festes Einheitensystem geeinigt. Das heute wichtigste Einheitensystem ist das SI-System. Dieses System legt für jede physikalische Größe, egal ob eine Basisgröße oder eine abgeleitete Größe, eine sogenannte SI-Einheit fest. Das bedeutet also, es gibt für jede physikalische Größe mehrere mögliche Einheiten, aber nur eine davon ist die SI-Einheit. So kann man die Zeit in Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen oder Jahren angeben, aber nur die Sekunde ist die SI-Einheit der Zeit. Damit man zwei Maßzahlen einer physikalischen Einheit miteinander vergleichen kann, müssen diese die gleiche Einheit haben. Wenn die Maßzahlen nicht in der gleichen Einheit vorliegen, müssen sie umgerechnet werden. So kann man natürlich 4 Meter mit 100 Meter vergleichen, aber nicht 400 Zentimeter mit 100 Metern und muss deshalb die 400 Zentimeter zunächst in Meter umrechnen. Umrechnung kann man natürlich für alle möglichen Einheiten vornehmen. Dabei hilft es aber in jedem Fall, wenn man sich vor Augen führt, dass hinter jedem Präfix eine Zehnerpotenz steht. Nehmen wir mal das Beispiel der Umrechnung von Quadratzentimetern in Quadratmeter. Wir wissen, dass hinter dem Präfix Centi die Zehnerpotenz 10 hoch minus 2 steht. So werden aus einem Zentimeter 10 hoch minus 2 Meter. Weil wir hier aber Quadratzentimeter haben und nicht Zentimeter, müssen wir die beiden Exponenten miteinander multiplizieren. 2 mal minus 2 ergibt minus 4. Deshalb werden aus einem Quadratzentimeter 10 hoch minus 4 Meter. Nehmen wir dafür mal ein Zahlenbeispiel. Wir haben 50.000 Quadratzentimeter und möchten die in Quadratmeter umrechnen. Weil wir jetzt ja wissen, dass ein Quadratzentimeter 10 hoch minus 4 Meter ergibt, können wir vier Nullen abziehen und kommen auf 5 Quadratmeter. Nehmen wir als zweites Beispiel nochmal die Umrechnung von Kubikmillimetern in Kubikdezimeter. Die Vorsilbe Milli steht für Tausendstel und hat daher die Zehnerpotenz 10 hoch minus 3. Die Vorsilbe Dezi steht für Zehntel und hat die Zehnerpotenz 10 hoch minus 1. Wenn wir die beiden miteinander verrechnen, ergibt sich, dass ein Millimeter 10 hoch minus 2 Dezimeter darstellt. Jetzt haben wir ja aber nicht nur Millimeter, sondern Kubikmillimeter und müssen deshalb den Exponenten noch mit 3 multiplizieren, sodass wir für einen Kubikmillimeter auf 10 hoch minus 6 Kubikdezimeter kommen. Wenn wir also zum Beispiel 5000 Kubikmillimeter haben und diese in Kubikdezimeter umrechnen müssen, müssen wir das Komma um 6 Stellen nach links verschieben. Dafür gehen zuerst die drei Nullen von der 5000 drauf und drei weitere Nullen werden vor die 5 gesetzt, sodass wir auf 0,005 Kubikdezimeter kommen. Nächstes Beispiel, wir wollen Kubikzentimeter in Liter umrechnen. Dafür muss man wissen, dass ein Liter ein Kubikdezimeter darstellt. Das heißt, es geht um die Umrechnung von Kubikzentimetern in Kubikdezimeter. Centi steht für 10 hoch minus 2, Dezi steht für 10 hoch minus 1. 1. Miteinander verrechnen bedeutet das, 1 Zentimeter ergibt 10 hoch minus 1 Dezimeter. Weil es aber um Kubikzentimeter gibt, müssen wir die minus 1 noch mit 3 multiplizieren, sodass sich für 1 Kubikzentimeter 10 hoch minus 3 Kubikdezimeter bzw. Liter ergeben. Wenn wir dann zum Beispiel 500 Kubikzentimeter haben, müssen wir das Komma nur um drei Stellen nach links verschieben, sodass sich daraus 0,5 Liter ergeben. Und ein letztes Beispiel aus dem Bereich der Zeit möchte ich noch aufführen. Nämlich die Umrechnung von Stunden in Sekunden. Das ist schon deutlich einfacher, denn wenn man weiß, dass eine Stunde 60 Minuten hat und dass eine Minute 60 Sekunden hat, müssen wir die 60 Minuten nur noch mit den 60 Sekunden multiplizieren, sodass wir für eine Stunde auf 3600 Sekunden kommen. Wenn man zum Beispiel drei Stunden in Sekunden umrechnen möchte, multipliziert man die drei mit den 3600, sodass man auf 10800 Sekunden kommt. Wenn man diese Arten der Umrechnung drauf hat, kann man im Prinzip auch alle weiteren Umrechnungen vornehmen. Jetzt möchte ich mal auf die unterschiedlichen Mengenangaben in der Physik zu sprechen kommen. Denn das Gewicht einer Substanz, physikalisch als Masse bezeichnet, ist abhängig von der sogenannten Stoffmenge. Das ist indirekt die Teilchenanzahl einer bestimmten Stoffportion. Diese Teilchen nehmen gleichzeitig einen gewissen Raum ein und verleihen der Substanz dadurch ein bestimmtes Volumen. Jede Substanz weist bei gleichem Volumen eine andere Masse auf. Die Masse einer Substanz, bezogen auf ein bestimmtes Volumen, ist die Dichte. Schauen wir uns diese drei Größen aber mal genauer an. Am einfachsten nachzuvollziehen ist ganz klar die Masse. Die Masse ist eine Basisgröße und ein Maß für das Gewicht eines Objektes, ist aber nicht mit dem Gewicht gleichzusetzen. Der Unterschied besteht darin, dass das Gewicht ortsabhängig ist. So ist ein Objekt zum Beispiel auf dem Mond sechsmal leichter als auf der Erde. Die Masse eines Objektes ist hingegen überall gleich. Sie wird in Einheiten wie Milligramm, Gramm oder Kilogramm angegeben. Kilogramm ist aber die Basiseinheit und SI-Einheit. Die Masse eines Objektes hängt davon ab, aus wie vielen Teilchen, also aus wie vielen Atomen und Molekülen das Objekt besteht. Je mehr Teilchen vorhanden sind, desto größer ist die Masse, die Masse des Objektes. Die Masse wird deshalb auch als extensive Größe bezeichnet. Das bedeutet, sie ändert sich mit der Größe des Systems. Das Gegenteil hiervon sind intensive Größen, welche sich mit der Größe des Systems nicht ändern, wie zum Beispiel die Temperatur. Kommen wir jetzt mal zur Stoffmenge. Die Stoffmenge ist eine Basisgröße und ein Maß für die Anzahl von identischen Teilchen, aus denen eine Stoffportion besteht. Dementsprechend ist sie auch eine extensive Größe, die sie mit der Größe des Systems erhöht. Diese Teilchen können entweder Atome, Moleküle oder Formeleinheiten sein. Ein Stück reines Eisen beispielsweise besteht aus Eisenatomen. Bei einem bestimmten Volumen an Wasser liegen Wassermoleküle vor und bei Kochsalz haben wir Natriumchloridformeleinheiten, die sich in großer Zahl wiederholen. Die Basiseinheit für die Stoffmenge ist das Mol. Ein Mol steht dabei für 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen. Wenn also zum Beispiel 12,044 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle vorliegen, dann haben wir eine Stoffmenge N bezogen auf H2O von 2 Mol. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel ein Kilogramm Wasser eine Stoffmenge von 55,56 Mol, was wiederum für 55,56 mal 6,022 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle steht. Dementsprechend sind die Anzahl der Teilchen Groß N und die Stoffmenge Klein N proportional zueinander. Denn wenn sich die Anzahl von Atomen einer Substanz verdoppelt, dann verdoppelt sich auch die Stoffmenge. Deshalb verknüpft man die beiden Größen an einer Gleichung miteinander, nämlich Groß N ist gleich Klein N mal N A. Dabei ist N A die sogenannte Avogadro-Zahl. Sie gibt die Anzahl von Teilchen an, die zusammen ein Mol ergeben. Somit kann man mithilfe der Gleichung die Teilchenanzahl Groß N aus der Stoffmenge Klein N berechnen. Denn wenn man sich zum Beispiel fragt, wie viele Wassermoleküle gibt es in 3 Mol Wasser, dann setzt man einfach in die Gleichung ein, N von H2O, also die Teilchenanzahl von H2O, ist gleich die Stoffmenge von H2O mal die Avogadro-Zahl. Also 3 Mol mal 6 mal 10 hoch 23, 1 durch Mol. Mol und Mol kürzen sich weg, sodass man 18 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle erhält. Das Ganze funktioniert auch andersrum, wenn man die Teilchenanzahl gegeben hat und die Stoffmenge berechnen möchte. Dafür müssen wir nur die Gleichung nach Klein N umstellen. Dann ergibt sich Klein N ist gleich Groß N durch die Avogadro-Zahl. Uns liegen zum Beispiel 1,5 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle vor und wir möchten die Stoffmenge berechnen. Dann setzen wir einfach in die Formel ein und erhalten 0,25 Mol. Die dritte Größe, die uns jetzt noch fehlt, ist die Dichte. Sie ist definiert als Masse pro Volumen und ist eine abgeleitete Größe, was man daran erkennt, dass sie das Volumen als Basisgröße enthält. Die SI-Einheit für die Dichte ist Kilogramm pro Kubikmeter. Die Dichte hängt nicht von der Größe des Systems ab und ist daher eine intensive Größe. Nehmen wir die folgende Fragestellung mal als Beispielaufgabe. Wie groß ist die Dichte eines Stoffes in Kilogramm pro Kubikmeter, wenn 120 Gramm ein Volumen von 100 Kubikmetern einnehmen? Dafür nehmen wir uns die Formel von gerade zur Hilfe. Die Masse und das Volumen haben wir ja gegeben. Die Werte können wir also einsetzen. Jetzt stimmt die Einheit nur noch nicht. Wir möchten die Dichte ja in Kilogramm pro Kubikmeter angeben. Den Zähler können wir ganz einfach an 0,12 Kilogramm umwandeln. Beim Nenner wissen wir, dass die Vorsilbe Centi für die Zehnerpotenz 10 hoch minus 2 steht. Weil es sich ja aber um Kubikmeter handelt, müssen wir die minus 2 noch mit 3 multiplizieren, so dass wir im Nenner insgesamt auf 100 mal 10 hoch minus 6 Kubikmeter kommen. Die 100 als Faktor im Nenner bekommen wir weg, indem wir beim Exponenten plus 2 rechnen, für die zwei Nullen der 100. Die 10 hoch minus 4 können wir jetzt ganz einfach in den Zähler verschieben, indem wir das Vorzeichen entfernen. Und im letzten Schritt verschieben wir das Komma um eine Stelle nach rechts, indem wir dafür den Exponenten um 1 verringern, so dass wir auf 1,2 mal 10 hoch 3 Kilogramm pro Kubikmeter kommen. Fassen wir zum Ende nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Jede physikalische Größe hat ein Symbol, eine Maßzahl und eine Einheit. Die Einheit ist dabei nach dem SI-System festgelegt. Es gibt in der Physik die sieben Basisgrößen Länge, Zeit, Masse, Temperatur, Stoffmenge, elektrische Stromstärke und Lichtstärke. Alle anderen Größen lassen sich aus diesen Basisgrößen ableiten. Besonders kleine und besonders große Zahlen können durch 10er-Potenzen einfacher dargestellt werden. Für manche 10er-Potenzen gibt es Vorsätze und Vorsatzzeichen, mit denen die Darstellung der Maßzahlen noch weiter vereinfacht werden kann. Bei der Einheitenumrechnung gilt, dass wenn die Einheit um einen bestimmten Faktor größer wird, die Maßzahl um den gleichen Faktor kleiner wird und umgekehrt. Für Mengenangaben in der Physik gibt es die Größen Masse, Stoffmenge und Dichte. Die Masse ist ein Maß für das Gewicht eines Objektes. Die Stoffmenge gibt Auskunft über die Teilchenanzahl eines Objektes und die Dichte setzt die Masse ins Verhältnis zum Volumen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein gewisses Basiswissen für die Physik vermitteln. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Zusehen und bis zum nächsten Mal.